Hey, sie sagen, du lernst wieder einen kennen. Hey, sie sagen, du sollst weitergehen. Aber jeder blieb in deiner Situation stehen. Keiner hätte den Mut, zu sagen, was sich an ihnen auftut. Keiner würde deiner Wege wehren und ihm trotz Messer in der Hand noch im Ausgang rumstehen, damit er nicht wegläuft. Vor der Liebe, damit er nicht wegläuft. Vor Gefühlen, damit er nicht wegläuft. Seine Fehler wiederholen, damit er nicht wegläuft. Vor dir. Okay. Dann, Cris.